Hallo! Ich zeige euch heute das Unboxing des Huawei P8. Das Huawei P8 wird in einer schwarzen edlen Verpackung versendet, wie wir hier sehen. In einer glänzenden Folie verpackt. Ich werde das Ganze jetzt einmal entfernen. Ich drücke jetzt hier drauf und erhalte eine harte Plastikbucht. So sieht das Ganze aus. Wir gucken mal, was dahinter steckt. Hier sehen wir einen Deckel, den wir ganz einfach nach oben hin abziehen können. Dann kommt das Huawei P8 zum Vorschein. Hier dran können wir dann ganz einfach ziehen. Dann erhalten wir das Huawei P8. So, hier kann man den Deckel, den zweiten Deckel ganz einfach abziehen. Ich packe jetzt beide aus. Hier sind die Anleitungen. Ich hole sie jetzt heraus. Hier ist ein Quickstart-Guide und eine Garantiekarte. Und diese Box enthält ein Netzteil in ihr Kopfhörer und ein USB-Kabel. Hiermit können wir die Mikro-SIM-Karte ins Handy einfügen. Und hier sehen wir das Netzteil, die Kopfhörer und das USB-Kabel. Und hier sehen wir das Netzteil, die Kopfhörer und das ist das Huawei P8 in der weißen Version. Hier können wir jetzt die Schutzfolie abziehen. Das gleiche auch auf der Rückseite. Hush! Hush! Untertitelung des ZDF, 2020